Dieser kompakte Portable Media Player bringt alles mit, um Sie in jeder Lage gut zu unterhalten. Dank DVB-T-Empfänger haben Sie Ihr Fernsehgerät in Zukunft überall dabei. Denken Sie mal an die Fußball-EM im Sommer. Wenn Sie schön im Freibad liegen und die Spiele dort live verfolgen, Ihre Kumpels werden Sie beneiden. Und wenn mal nichts ordentliches im TV läuft, dann schauen Sie doch einfach Ihre Lieblings-DVD auf dem 7 Zoll großen und gestochen scharfen Display an. Oder Sie hören Ihre Lieblings-CD und schauen dabei Ihre digitalen Urlaubsbilder an. Auch das ist für den Media Player kein Problem. Bilder, Musik oder andere Daten wandern entweder per CD, USB-Stick oder direkt von der Speicherkarte auf das Display. Ach, und übrigens, Sie können das digitale Unterhaltungscenter auch problemlos an jeder Kopfstütze im Auto befestigen. Nur ein kleiner Tipp, falls Sie die Kleinen mal auf einer längeren Fahrt ruhigstellen wollen.